Willkommen zu meiner Serie Historische Ereignisse am heutigen Tag in einer Minute erklärt. Heute reden wir über den 8. September des Jahres 1966. Am 8. September erstrahlte damals ein neuer Stern am Fernsehhimmel, Raumschiff Enterprise im Original, Star Trek. Die erste Folge wurde in den USA ausgestrahlt und legte den Grundstein für eine der legendärsten TV-Serien. Die Serie spielte in der Zukunft im Jahre 2200. In einer Menschheit, die den Dritten Weltkrieg überlebt hat und sich in einer außerordentlichen Lebensform zur Vereinigung der Föderation der Planeten zusammengeschlossen hat. Die Crew um Captain Kirk, Mr. Spock und andere erforscht das Weltall. Gene Roddenberry, der kreative Kopfhinterdere, setzte mit seiner multikulturellen Crew ein starkes Zeichen gegen Krieg und Rassismus. Diese Version einer friedlichen und vereinten Zukunft begeistert bis heute Fans weltweit. Seid ihr eher die Fans von Raumschiff Enterprise?